okay also hier sind definitiv es hat schon gegner und er ist level 4 der typ hier der weihnachtsmann der gleich rentiert er hat mir viel überm kopf das ist glaube ich nicht zum herrlich schläft können wir gehen nicht hier hier so eine takedown machen mit dem die sterben nicht also das sind wir noch zu schwach um das zu machen ich mache ich mache das licht aus das war nicht so gut das ist gar nicht hier hinterher gekommen oder das wollte ich nicht ich wollte das anders machen und wenn wir beide auf diesen stupe vier typen der was er wollte der weiß den wir hier ganz am anfang er gesehen haben gleich rechts hier dann gleich links ist also der ist auch noch da erst mal nicht hier durchgehen das ist nicht so gut schaut irgendwie scheiß giftig aus aber die kiste wäre die kiste wäre ja sowieso in dem raum hier drin kann ich denn überhaupt schon knacken so ein schloss hier ja weil es schwer ist weißt okay ich hab's geknackt was ist denn hier drin medikit militär okay alles mitnehmen und raus ja okay das sieht aus wie das busstück geil raus aber den rest erstmal liegen genau da hinten kommen wir eh nicht durch dann steht man so ein wiederum wackelt jetzt kommt sie ja ok das hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt ah hehehe hoover schupe 4 wow ok wir wissen doch schonmal was das so erwartet mhm was kann man denn für ein bruststück bekommen mhm wo ist denn die brust wo ist die beste ich habe schon wieder nicht aufgepasst was ich bekommen habe ach das war eine hose plus zwei prozent heilungseffekt ich weiß es gar nicht ausgerüstet ist das hier schon legendäre und immer die goldfarben ist dann ist einzigartig das ist eine eine artefakt jogginghose parkour heilung überlebenssinn reichweite erkennungszeit ausdauerkosten parkour so es gibt hier die sanitäter klasse es gibt hier die jäger klasse fernkampf waffen parcours was für die spezielle ist also glaube ich zumindest wie kann man hier raus aber wir kommen da gar nicht hin so ja ich glaube wir müssen jetzt wirklich mal kurz einmal auf dem boden glaube ich ja auf dem boden und dann hier ein paar meter hier quer über den platz hier sprinten ist das dasselbe gebäude wo wir schon mal waren da wo man hier diesen höher wie ja ich glaube es ist das herbigebäude hier aber es schau halt mich so einfach fest so idiot runter ich will runter ja das ist alles voller weihnachtsmänner und ein screamer ja super müssen wir noch ein bisschen warten bis wir hier bis es heller wird wir könnten versuchen hier oben aus haus zu kommen da war ich drüben wären abgebrochenes wasserrohr das haus gegenüber ja aber ich glaube wir würden noch über die fenster kommen wir müssten hier auf diese die lampe ist geschehen wir müssen sowieso los scheiße die verfolgen aus achtung dann machen wir die paar hier platt oder schnell waren wir die beiden wir müssen nach wie vor nach mir oder nordwesten hier so wir müssen wahrscheinlich wirklich mal achten wir kommen hier hoch und tschüss waren dann doch ein bisschen zu viele ja auf jeden fall so warte mal ich hab das mittelding an den meintagsleinern vorbei tschüss auch wenn ich runtergefall kämpfen oder das ist wirklich wir sind mega Wir sind eigentlich schon kurz davor. Was mit den Jungs hier eigentlich? Schau mal, ich glaube, wir sind hier auf dem Haus, da können wir hier unten wieder reingehen, oder? Anfein. Das ist dieses Zeichen hier unten, das sind diese, wo du nachts lindern kannst. Ach so, okay, weil hier gibt es nämlich gar nichts. Ich sehe gerade. Oh, was? Das ist... Äh... Ich sollte ruhig mal hell werden. Ich super. Ja. Warte mal, bis wir mal das... Spray nochmal reinhauen hier. Cool, ist bei Nacht. Ja, das ist vorbei. Sehr schön. Okay, wollen wir weitergehen, oder wollen wir uns das hier aussetzen? Okay. Wie wir sind... Ach so, äh... Gut. Ich krieg runter, die Sau, genau. Tritt den Arsch. Oh, warte mal, hier ist ein Haufen Zeug. Warte mal. Oh, ich krass. Oh. Oh. Okay. Oh, oh, hier ist eine etliche kleine Kisten hier. Na, komm mal auf hier. Boah, ich muss irgendwie immer wieder zu verbänden kommen. Das ist alles nicht so gut. Okay. Ich kann aber auch keine Verbände irgendwie ab... Also hier, äh, kann man irgendwas ablegen? Das geht irgendwie nicht, oder? Nee, nee, glaub nicht. Lass ich sagen, ich gebe dir mal ein paar, weil ich habe, äh, wirklich einen Haufen. Äh... Was ist das hier noch? Entfernt. Oh, ein Teiler, geil. Oh, jetzt kommt hier die Sonne auf. Alles wird gut, wir haben die Nacht überlebt. Nice. So, was liegt hier noch schön rum? So, das hat man Ziel 1 und Ziel 2. Oh, wir sind direkt dazwischen. Na gut. Komm ich mal an die andere Tasche ran. Jetzt hat... Hups, Zigaretten, wichtig. Ich suche jetzt hier 1,1 ist da lang. Okay, geh mal dahin. So, äh... Um, wo 50 Meter hier drüben. Ach so, hier knuszt man noch die Weihnachtsbälle. Ja. Die müssen an dem Weihnachtsbälle vorbei. Bringt nix. Hallo. Weihnachtsbälle. Oh, das war mal mehr als knapp. Oh, das war mal mehr als knapp. Jo. Okay. Das bereich. Ah, komm, hier geht die Lichtscheiße schon wieder los. Ja. Wir können doch hier die Tür aufmachen, da geht's, äh, da wird's runtergehen hier so, äh, Parcours-mäßig, weiß ich ob das, äh... Wo, wenn ich ihn auch hier ist, okay, war das zum Looten. Äh... Oh, mach doch die Kiste noch leise auf. Das ist das Mehl? Irgendwie Mehl, ja. Einmal Mehl. So. Das... Mehl? Schaut ein bisschen so aus, als ob wir sowieso, äh, durch diesen Einschachter durch müssen, ne? Ungewöhnliche Mehrzachen, also das ist dieses Mehl und Alkohol bei mir. Ja, ich glaube, wir müssen sowieso durch diesen Schacht runter, ne? Ja, was muss... Hier ist auch nochmal Mehl, Reis... Wollte mir irgendjemand für uns Lebensmittel haben, aber es war natürlich sowas wie Paprika und so weiter, ne? Paprika hab ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Achso, hier war das, okay. Äh... Uah! Autsch. Okay, kletter einfach die Leiter runter. Kann so schwer nicht sein. Hups! Ah! Da ist es. Oh Gott, was passiert jetzt? So, Weihnachtsmann. Bei der nächste Weihnachtsmann. Weiter. Und das hier hinten ist noch so kleines Schränken mit, äh, nichts drin. Hier ist noch Alkohol. Oh ja, Elektroteile, sehr gut. Hier liegt noch eine Kohle rum. Klemmt ne Hammer. Kann man verkaufen. Wenn ich, wer gibt's hier nicht? Ich fange aber noch was. Hier auf Putschmittel. Immunität. Äh. Äh. Wir haben Eingang, wo wir da rein sind, und er machte, ich weiß nicht, was du da für eine Kästlerkart hat. Und brandgekriegt, ich hab erst da, äh, bei mir lag das so eine Klemmtler, äh, Waffe, also so eine Klemmtler, äh, Hammer hier. Also, Molotow-Cocktail. Ja. Was haben wir hier noch? So, was ist jetzt hier, was hat das jetzt hier zu sagen? Wir brauchen auch schon Immunitätsding. Das hab ich auch gesehen, ne? So, äh. Da haben wir die 1. Äh, ich bin grad schon wieder Tagebuch. Äh, äh, wer ist das? Irgendwie immer verteidigt. Find's, Marco, und find's, den Jäger. Also, Marco, der ist 9 Meter, das, da muss auf jeden Fall in diesem Gebäude sein, Marco. Sofern Marco nicht tot ist und irgendwo in der Ecke liegt oder so, gell? Habt ihr irgendwo rumliegen? Wir haben bloß gerade übersehen, oder? Äh, warum hab ich eigentlich, äh, eine, äh, eine Flasche in der Hand? Ist das ein Molotow-Cocktail? Ach so, das ist hier, äh, was, eine Gelegenheit, ach so, das ist eine Gelegenheitswaffe, okay. Aber hier geht's doch nicht nirgendswo weiter, wo ist denn, wo ist denn, Marco? Aber irgendwas, weil, hier kommt man ja nicht raus, oder? Nee, nicht wirklich. Irgendwo, irgendwo hochklettern? Nee, das ist alles geschlossen hier. Hinter ist nix. Hm. Machen wir den denn lieber sehen? Liegt der als Poki an? Liegt der irgendwo vielleicht? Vielleicht liegt der oben in der Bude und wir haben den bloß nicht gesehen. Ach so, ja, möglich. Was liegt denn hier drüben? Oh. Wie kommt man denn hier rüber? Der hier rüber? Auf der hier oben liegt. Ach, das habe ich ja komplett übersehen. Also, das ist auch wieder so eine Gelegenheitswaffe hier. Ziegelstein liegt am Boden. Nee, also Marco hat hier irgendwie... Hm. Nee. Ich bin keine Blitze nehmen. Es muss da unten sein, anders macht es null Sinn. Hm. Von außen vielleicht? Von außen vielleicht oder so? Also vielleicht müssen wir da irgendwie raus oder so, oder? Oder war das... Oder liegt der vielleicht in dem Bereich hier irgendwo rum, wo wir... Was ist denn das hier für ein Ding? Ich ne, nicht hoch. Ach so, das ist die Türklänge hier nur. Hallo, Sa. Hm. Im Questbereich. Hallo. Im Questbereich? Vielleicht einfach kurz eine andere Wohnung. Ich weiß nicht. Ja, hier guck ich wo rein. Okay. Aber ich würde jetzt mal starten drauf klippen. Neun Meter? Wo rein geht. Driftmeter ist auf... Warte mal, hier habe ich das... Ist auf unserer Höhe. Ja, so plus minus, ja. Ja, irgendwie... Irgendwie... Dann ist es dann doch da drin. Kommt man da irgendwo rein, ne? Ich geh nochmal hier rüber. Von der hat es zu mir vorhin gekommen. Mal gucken. Oh! Geh' nicht. Neun, vierzehn Meter da unten. Geht's nochmal hier runter. Nein, das kann nur hier sein. Anders macht es null Sinn. Das ist der Ziege. Oh! Irgendwann haben wir hier übersehen. Ja, ja, irgendwas übersehen wir hier, glaube ich, oder? Ja, hinter der Wand stehen auch noch welche, oder ist das die Straße? Ja, das ist der Wasser. Ja, das ist der Wasser. Er hat mit die C gedrückt, um den Wurf abzubrechen. Ich will keinen Wurf abbrechen. Hä? Ups. Das hat das Wasser aber auch hier, ne? Da stehst du gerade nicht. Wenn ich Q drücke, aber die werden auf der Straße draußen stehen, ne? Die Straße sein da drüben. Jetzt nirgst du durch. Hä? Spiel. Fuck. Oder sind wir mit der falschen Stelle angefangen? Hätten wir die andere Queststelle erst machen müssen? Um dann hier irgendwas zu finden? Vielleicht, aber wäre ja... Oh, scheiße. Wäre aber irgendwie doof, gell, weil... Das ist kein Sinn. Hm. Ups. Wir können ja mal zu der anderen Stelle gehen. Vielleicht... Ja. Wo sind die zwei da hinten irgendwo? Und unten so Stimmung? 116 Meter, ja. Also, die wurden sich gewacht. Also, mit zwei Leuten schon nicht sehen. Allee, hätte ich ja noch verstanden, aber wenn wir später nicht sehen, das ist schon ein bisschen wertvollig. Das stimmt irgendwo nicht. Nee. Hier wahrscheinlich dran, so hoch, ja wohl. So, und da ist doch unten der Eingang, da stehe ich wieder an den Weihnachtsbännern hier vorbei. Bist du bloß erinnern? Nee, jetzt wäre er. Nobel Weihnachtsmann. Will ich mal um? Oh, scheiße. Ja, ja, äh, bei mir auch. Auf der anderen Seite. Der kam auch plötzlich hier raus. Sind ihr hier eigentlich? Guck mal, ich komm, ist ein Weihnachtsmann. Ach, du Geil, ist so ein Bommel, du. Deine Bommel machen mich an. Hinterhalb. Was geht bei der nicht hier? Weißt du, dass er hier ist? Der hat dich geblüht. Was greifst du mich an? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Es geht. Warte. Wieso, wie verpackt hier? Komm, wir lassen dir. Wie kann man die? Ich krieg von den Jungs, die ich verpassen. Let's that. gesundheitsmäßig was mir in welcher richtung das ist nicht da ach du bist du bist da drüben okay ich hab dich doch gerade noch gesehen das ist aber heute die gesehen also wenn uv licht an sie hier sind ja ich kann sie ja okay ich will nicht dran hier die flasche verwechselt haben da würde seinen eigenen kopf vergessen wenn er nicht angewachsen wir was meinst du mit flasche verwechselt er nimmt immer ein bisschen zielwasser mit wenn er jagen geht aber der alk ist noch hier also hat er wasser mitgenommen und was geht dich das an das wasser das er von julian hat es könnte verseucht sein erst jagen bei dieser diesem militär turm ein paar hundert meter westlich von ein paar hundert meter gleich ich gehe zum tor du gehst zu den höfen schnell warte warte nimm den eignet falls er schon was von dem wasser getrunken hat es hätte bestimmt alles andere ab okay ja die zwei sie marco bei den wasser an seinem lieblingsjagdplatz du bist da oben wieder versuchen leer da über die straße nehmen aber das das ist eine menge los ach so genau das dürfte besser